Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Fordstor Radenbrock, Iborger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Die SG Sonnenhof Groß Asbach in dieser Saison mit einem neuen Trainer. Der ist jetzt dann auch schon einige Spieltage da, Oliver Zapel, die Mannschaft übernommen von Rüdiger Rehm, der gewechselt ist in die zweite Liga. Die SG in diesem Jahr ein bisschen bisher im unteren Mittelfeld, trotzdem glaube ich ein brandgefährlicher Gegner, oder? Ja, wir dürfen keine Mannschaft in der Liga unterschätzen und vor allem sieht man auch, wie eng das momentan alles ist. Also es nimmt sich alles nicht sehr viel und genau deshalb, glaube ich, werden so eine Spiele denn durch die Einstellung und die Mentalität auf dem Platz entschieden. Weil viel nimmt sich nicht mehr von der Qualität. Groß Asbach hat auch eine sehr gute Mannschaft trotzdem, offensiv sehr stark. Und deswegen zählt es für uns wieder, hinten defensiv kompakt zu stehen, mal wieder zu Null zu spielen. Und dann am Ende zu gewinnen.